Wir haben Jesus als Retter erkannt, so wie diese ziehen wir heute, Günden von Frieden für alle Leute. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, Führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht, Leichte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Wir fielen nieder und beteten an, weil Gott so Großes hat getan. Als Kind ist er zur Welt gekommen, hat sein Erlösungswerk begonnen. Wir brachten ihm Geschenke da, wie es damals üblich war, weil auch Gott und Myrhe sind Geschenke für ein Königskind. Doch ahnten wir im Herzen schon, dies Kind ist wirklich Gottes Sohn. Sein Licht erstrahlt, hell durch die Zeit, es ist das Licht der Ewigkeit. Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr. Kasper, Möcher und Balthasar. Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden. Segne die Bewohner dieses Hauses und schenke ihnen Gnade, dass sie einander den Frieden schenken. Darum bitten wir dich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sagen Dank und geben nun. Für uns gibt es noch viel zu tun. Für eure Spenden danken wir und machen ein Zeichen an eure Tür. Wir schauen gleich, ja? Noch ein bisschen. Oder? Ja. Bis zum nächsten Mal.